ja leute herzlich willkommen zu einem neuen video heute gibt es ein schönes funke und cobra geballer auch schöne funke neuheiten dabei wie zum beispiel den honey badger oder den titanschlag in blau des weiteren funke büller a funke b funke c funke d fanda cracker d und super 2 und einen xxl hyposmoke von pyroland mit reißzündung also einfach dran ziehen und es fängt an zu rauchen fünf minuten lang hier werde ich jetzt durch das ganze video lang durchbrennen lassen und ja immer schön die büller schmeißen so leute ich habe die büller also noch mal komplett für euch ausgepackt hier haben wir die honey badger von funke die funke super 2 fanda cracker d cobra p1 dann haben wir die funke c die büller funke b büller und funke aber und die schönen titanschlag in blau so so Das war's für heute. 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 Ja Leute, das war eine geile Böllerei. Ich sag's euch, ihr habt's ja gesehen. Mega nice. Das ist Titanschlagblau, auch gut. Cupra P1 sowieso. Und ja, war mal ganz nice mit dem schönen Rauch.